Hallo Leute und willkommen zurück zum Adventspecial. Moment, ich schiebe mir die Tonspräche wieder rüber. Ja, jetzt bin ich wieder alleine, das von, ja, ich glaube wir lassen das mal mit den Gästen. Und wenn dann nur akustisch, eigentlich hätten wir schon viel weiter sein können. Ah ja, gut, also wir werden jetzt mal, ich glaube wir werden diesen Turm dann mal beseitigen. Habe ich überhaupt dann noch, ja habe ich sogar, also die Schaufel meine ich. Gut. Ähm, Moment mal. So. Gut. Dann, ja das dachte ich mir jetzt. Müssen wir uns erst wieder hochbauen. Der Nick macht mir nur Arbeit. Jetzt muss ich erst dann nochmal so einen Turm raufbauen und es dann wieder weg. Also abreißen und, naja. Gut. Ich nehme jetzt noch zwei, naja aber einen geilen Überblick haben wir mal. Hm, das können wir mal festhalten. Was gibt es da hinten? Ja, wir haben ein paar schöne Screenshots. Dann war es ja doch nicht so eine blöde Idee den Turm zu bauen. Jetzt muss ich gerade überlegen, also wie viele Erfolgen ich vorproduzieren muss. Ich glaube noch zwei, also die jetzt und dann noch eine. Ich werde zur Sicherheit drei machen. Ja. Jetzt haben wir eh schon über die Mitte wieder erreicht vom Advent. Glaube ich jetzt, oder? Ich weiß es gar nicht genau, wenn ihr das seht. Gut. Ich muss mir irgendwas anfangen lassen mit dem Dach. Und ich sehe wir haben, ja wir haben zu viel Cleanstorm gemacht. Ja, vielleicht können wir es eh noch brauchen. Das ist alles. Ja, ich glaube das hat sich der Nick genommen und verbaut da in der Küche. Naja. Ist gut. Gut, gut. Dann werden wir hier mal weitermachen. Wir müssen halt schauen, dass die Kirche... Was soll denn die fertig sein? Ist jetzt eine gute Frage. Ich meine ich habe gerade gar keinen Plan, der wieviel Dezember bei euch ist. Von dem her, also jetzt hatte ich gesagt, am dritten Advent, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das... Also wir sind jetzt bestimmt nicht in der dritten Advents Folge, aber glaube ich jetzt einfach mal. Naja. Wenn wir dann schon sehen. So, wir brauchen Slaps. Ganz viele. Tja. Sieht lustig aus, oder? Ja. Obwohl wir müssen auch... Ja. Das geht sich sogar aus. Gut. Die Treppen brauchen wir nämlich für hier. Das sieht gar nicht mal so schlimm aus. Naja. Lassen wir es mal. Gut. Dann brauchen wir hier jetzt irgendwie und irgendwo einen Platz. So. Dann können wir wieder ans Dach decken. Und das reiße ich nochmal raus. Das müssen wir anders machen. So. Da hüpfe ich jetzt aber nach, weil ich will nicht, dass die D spawnen. Weil ich glaube, wir brauchen noch einige davon. Weil wir müssen... Ich glaube, ich werde den einen Baum da hinten auch noch fällen. Ich glaube schon. So. Ich mache einfach mal so eine Runde. Eine kleine Runde. Oh Mann. Eigentlich hätte ich jetzt gar nicht so viele Slaps. Ich meine, die brauche ich sowieso. Aber... Nö. Geht nicht anders. Wir müssen Farming gehen. Ja. Egal. Aber zuerst machen wir uns, glaube ich, noch eine Truhe. Jetzt stellen wir einfach hier hin. Gehen wir mal sowas ran. Dieses ganze Zeug hier. Wohl ein bisschen Erde. Ich nehme das Deck mit. Jetzt gehen wir wieder da runter. Das ist immer so dunkel. Das hat immer jede Angst und so weiter und so fort. Oh je. Oh je. Naja. Was gibt es denn so zu labern? Ich vergesse es immer. Naja. Naja. Das könnte ich mal angreifen. Nochmal. Den Weihnachtsstream. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Da es sonst vielleicht wirklich zu knapp wird. Dass wir das am 19. Dezember machen. Das ist ein Samstag. Ich schau jetzt so sicher. Ja, es ist ein Samstag. Ähm. Ja. Das werden wir da machen. Weil am 23. Kann es zum Beispiel sein, dass der Nick nicht da ist. Oder es kann auch möglich sein, dass es bei mir dann irgendwann irgendwie zu knapp wird. Oder generell auch von den Zuschauern her, dass es da weniger ist. Weil, ja keine Ahnung. Manche fahren über Weihnachten irgendwo hin zu Verwandten oder sowas wie sich. Und das wird am 19. glaube ich noch nicht der Fall sein. So. Ich weiß, es werden bestimmt wieder zu wenige sein. Aber egal. Ähm. Wir müssen da hin. So. Ja. Das sind viel zu wenige, glaube ich. Und jetzt wird es extrem dunkel. Aber. Das ist jetzt auch irgendwie wieder ein Vorteil. Während wir hier bauen, können wir uns da Licht machen. Das ist wieder gut. So. So. So close. So true. Frag mich nicht, was ich gerade rede. Ich weiß es für mich selbst nicht. So. So close. 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 Der neunte oder zehnte, ne der zehnte glaube ich, ich glaube der zehnte ist bei euch und das ist ein Donnerstag, genau, ja ich nehme trotzdem jetzt insgesamt drei Folgen auf, die erste ist jetzt vorbei.